Mit der Kamera filme ich das und mit der mache ich die Bilder. Ist ja spannend. Und ich mache jetzt was? Ja, du kannst einfach so stehen bleiben. Ich schaue einmal von der Belichtung her. Schaut gut aus. Ich kann das mal zeigen, so von ... Ach ja, lustig. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hier. Oder du kannst es sogar hier anlehnen, so ein bisschen an den ... Ja, genau, sehr schön. Ich gehe auch mal einen Tick zurück, dann klicke ich dich auch ganz drauf und schaue ein bisschen einfach an mir vorbei, so ein bisschen einfach so die Straße runter in die Ferne. Stell dir vor, da kommt gerade dein Traummann auf dich zu. Und noch einmal so, schau noch mal zu mir. Das klappt immer, oder? Ja. Ja, das ist echt. Das klappt sehr oft auf jeden Fall. Vielleicht sogar einmal noch, schau noch mal nach da. Hier. Vielleicht sogar, wenn wir einmal so eine Bank dazunehmen. Wenn du dich einfach ... Wenn du dich einfach hier hinsetzt. Ja. Ja. Genau. Und du kannst auch deinen Arm einfach so ... Ja, genau, das schaut doch so sehr schön aus. Schau einmal. Sehr schön. Genau. Genieß einfach den Moment. Ganz relaxed. Ah ja. Sehr schön. Auch noch einmal von hier. Perfekt. Und ich fotografiere auch einmal von hier. Schau ruhig nochmal in diese Richtung. In die? Okay. Und nochmal zu mir. Ich habe immer noch so eine Sonnenbrille dabei. Ja. Halt einmal die vor. Mach ich. Ich zeige dir das mal. Ist ja spannend. Das ist so eine Pilotenbrille. Okay. Ich gebe dir die mal. Ja. Die kann ich wieder nehmen. Und setz einfach mal auf. Und schau noch mal so nach da. Ich sage das, weil das vom Licht ganz schön ist. Ja. Komm noch mal einen Tick näher ran. Dann vielleicht noch einmal im Stehen. Wir können noch einmal. Wir gehen einfach mal hier rüber. Ich kann dich auch eigentlich einfach so mal im Gegen fotografieren. Ach so. Bleib einmal stehen. Ja. Und du kannst einfach so ein bisschen hier lang laufen. Mach ich. Okay. Okay. Und vielleicht einmal noch hier an der Scheibe. Ja. Und du dich einfach hier so gegen lehnst. Nierenstück oder Nierenstück? Dass du hier hinschaust. Ich schau mal von der. Oder komm noch näher zu mir. Noch ein. Ja. Ja genau. So ist sehr schön. So. Toll ja. Dann fangen wir mal so zum Eiskaffee rüber. Sehr schön so. Du kannst auch noch mal so zum Eiskaffee rüber. Und dann noch die Hand so in die Hüfte nehmen. Perfekt. Und noch einmal zu mir. Und dreh dich noch einmal mit mir so ein bisschen. Okay. Ja genau. Okay. Und eins noch so hier einfach hier. Und dann ist guti guti. Okay. Genau. Achso. Okay. Einfach so ins Freien. Wenn du willst du kannst auch. Ich zähle es drei. Und du machst so. Wuh. Ach du willst was. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Guti guti. Wir können uns mal einige Bilder anschauen. Ich weiß die Tage, vier packen. Dann Од index два. G interestingly so. Es ist guti gut. Wir Ayeien. Du kannst uns Xin älter die Grüße rauf. Sägerl drehen. Und das nächste wallet. Und duänn Shustage. Bis zum cared immer aller. Einmittel. feasами. Bis zum completely. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.